Ein Gebärdensprachdolmetscher ist spezialisiert auf die Kommunikation zwischen Gehörlosen und Schwerhörigen durch Gebärdensprache. Gebärdensprache ist eine Bildsprache, die speziell für Gehörlose und Schwerhörige Menschen entwickelt wurde. Gehörlose Menschen werden manchmal auch als auditiv eingeschränkt oder behindert bezeichnet. Als Gebärdensprachdolmetscher kommunizierst du mit gehörlosen und schwerhörigen Menschen durch spezielle Gästen. Gebärdensprache Als Gebärdensprachdolmetscher können sie Gästen auf verschiedene Arten anwenden, zum Beispiel mit den Händen, dem Kopf, anderen Körperteilen und durch Ausdrücke. Auf der ganzen Welt gibt es etwa 130 verschiedene Gebärdensprachen, die sich voneinander unterscheiden. In den Niederlanden haben wir jetzt die standardisierte niederländische Gebärdensprache, NGT. Trotz der Tatsache, dass es heutzutage eine Standardisierung gibt, gibt es in der Tat verschiedene Dialekte innerhalb der Gebärdensprache. Diese Dialekte sind für die meisten gehörlosen und schwerhörigen Menschen kein Problem, da sie mit den Unterschieden zwischen ihnen vertraut sind. Der Beruf des Gebärdensprachdolmetschers muss auch als ziemlich allgemein angesehen werden, da ein Gebärdensprachdolmetscher nicht professionell arbeiten muss. Ein Gebärdendolmetscher kann auch Gebärdensprache lernen, zum Beispiel, weil ein Bekannter oder ein Familienmitglied gehörlos oder schwerhörig ist. Das Erlernen der Gebärdensprache, wie das Erlernen des Schreibens, ist eine Frage des Ausprobierens und Übens. Es ist nicht der Fall, dass ein Gebärdensprachdolmetscher für jedes Wort eine separate Geste verwendet, da ein Gebärdensprachdolmetscher mit verschiedenen Gästen arbeitet und eine Struktur des visuellen Textes erzeugt. Offensichtlich ist das Erlernen der Gebärdensprache auf eine gute Art und Weise nicht einfach und wird eine längere Zeit in Anspruch nehmen. Es ist denkbar, dass ein Gebärdensprachdolmetscher auch als Schreibdolmetscher angesehen werden kann. Ein Schreibdolmetscher ist dafür zuständig, gesprochene Texte so aufzuschreiben, dass gehörlose Menschen sie lesen können. Untertitelung des ZDF, 2020